Es ist ein offenes Geheimnis, unser Tal ist wirklich etwas Besonderes. Mit seiner sprachlichen und kulturellen Vielfalt, den beiden UNESCO-Labels und mit besonders bodenständigen Menschen. Das alles ist zu meiner Heimat geworden. Das ist bei uns mein Gast auch per Nossa Valada. Prümen wir strahlen per Zirkul, da wollen wir prümen wir nach der Biosphäre, Blair Sons ist Präsident der UMG von der Fusion in Zembel von der Gastro Valmysteyr, in diesem Spöpaktemp er ist Prümen da, ist Präsident der Kommunalen Valmysteyr. Ich kenne die Herausforderungen von unserem Tal gut. Mir ist bewusst, wie wichtig eine starke und funktionierende Wirtschaft für uns ist, wie wichtig unsere feinen, einheimischen Spezialitäten und somit die intakte Natur für uns sind. Nur dank dem gemeinsamen Engagement von aktiven Gastronomen, engagierten Bauern und Bäuerinnen sowie Jäger kann eine nachhaltige Wertschöpfung im Tourismus als Kapital sinnvoll genutzt werden. Ich bin mir bewusst über die starke Abwanderung, über die rückläufigen Schülerzahlen, über den zunehmenden Durchgangsverkehr, aber auch über die finanzielle Abhängigkeit vom Tal von auswärtigen Geldgebern. Die aufgelisteten Projekte gilt es jetzt gemeinsam mit allen Akteuren zu realisieren. Nur dank attraktiven Arbeitsplätzen können wir der Abwanderung überhaupt entgegenwirken. Unsere Kultur und unsere Sprache sind für mich ein Fortschritte unig. Wir studieren unsere Region im Triangle Magisch, im Mezzo der Europa und mit diversen Sprachen, für die wichtig ist, dass wir unsere Sprache leben können, und dass wir unsere Kultur für die nächsten Generationen weiterentwickeln, das bedeutet, unsere Identität und heute. Ich will mit euch gemeinsam den Schritt weitergehen, die Einzigartigkeit von unserem Tal zu bewahren und als attraktiven Wohn- und Lebensraum für Einheimische, Zweitheimische, sowie auch für unsere Gäste im Kanton Graubünden nachhaltig vertreten zu dürfen. Wir müssen uns auch ein Grundpotenzial für die Krise. Wir wollen euch ein wichtiges Wissen und ein Wissen wissen. Ich wünsche euch eine Person, eine Person, eine Sympathie mit Ermittelt und ein schweres Wissen für die Dinge, für den Wissen der gesamten Bevölkerung von der ganzen Bevölkerung. Mit einer großen Verwanderung, ich wähle für den großen Kursaal für den 15. Mai 2022. Mein Name ist Gabriele Binker Becchetti. Wir kommen in den Kursen. Wir sind in der EGREß über diese neue Herausforderung. Ich danke euch allen für den großen Unterstützung. die wir auf den richtigen Renn haben wir Vielen Dank.